Nein, ich will keine Bob-Wauw! Wo geh mal ins erstes hin? In die AK und gib den Leuten den Klick. Ne, das war Archiv, Mann. Archiv! Archive. Oder einer heißt schon Cannabis, er ist bestimmt verkifft gerade. Eine Werbebeschränkung für Dior. Dior, Dior, Dior! Ey, Marc? Marc? Muss doch Wasser holen. Ist gar nicht da. Aber er hat noch einen Operator gefehlt. Was der real, Alter, ist die AfD. Wie geht das denn? Oh mein Gott, er drückt auf den Operator und wählt ihn aus, während er geht. Oh mein Gott. Und so was. Wie geht das denn? Easy Game, Jungen. Der Letterer anziehen sogar nicht. Alter Maul, Marc. Hat zwei Drohnen. Nein! Ein Wändchen brauche ich doch. Ich bin froh. Ja. Hast du die Dropper gemacht? Ja, Dude. Mach da nicht zu bitte, Simon. Ich werde die Dropper sind nicht alle gemacht. Hast du auch hier, äh, hier, dieser gemacht? Ne. Läuft bei denen. Ne. Die wichtigsten. Ja, super. Die wichtigsten sind wieder offen. Die kommen hier rein bei mir. Die Dropper oder die Gegner? Ein Dropper ist offen. Schon hinter dir. Hey, der ist schon in der Garage rein. Boah, die sind schon oben, äh, Dings. Ja, nice. Was, Garage? Wo ist Garage? Ich wäre ja schon da drin in dem Raum gewesen. Ich mach den hinteren Dropper auf. Oh man, noch einer. Oh, oben. Ja. Überm Raum Sophia und Hibana. Ich hab die Hibana. Ich hab die Hibana. Ich hab die Hibana. Ich hab die Hibana. Oh, 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 oh. Äh, Sniper ist auf der kleinen, äh, Dings-Treppe. Sniper ist auf der kleinen, äh, Dings-Treppe. Okay. Runden. Sniper bei mir hier vorne. Ab Sniper. Ab Sniper. Ja. Und sie hat mich gesehen. Die kleine Nebenstairs. Country roads... Take me home, it's a TZ-ASS. To the place. Come home. Best Virginia. MAHT! MAHT! Na! Marshal Matters. Eminem. Martial Matters? Ich hab keine Ahnung, aber ich brauche euch irgendwie was zu spielen. Äh... Zulot dem Rekrut? Simon? Hm? Kannst du Termite picken? Oh! Ich krieg sogar Termite, ja. Oh! Ich brauche! Get me in the endzone! Jetzt sind sie wahrscheinlich nicht Garage. Ich war fast schief. Wenn sie einmal Thatcher nimmt, dann sind sie nicht Garage. Äh, sie sind nicht... Die machen Tonys Verwirrungs-Traktik. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ich hab's doch gesagt, sie sind nicht Garage. Pick auch noch... Hm. Jetzt haben wir natürlich 15 Leute dabei, die die aufmachen können. Ähm... Ich glaub ich verliebe die Verbindung. Sieht ihr mal gerade in meinen Ping? Irgendwas stimmt bei mir nicht. 300. 312. Äh... WTF? WTF? 130. Da lohnt sich ja die 100k-Leitung. 50. Jetzt ist wieder normal. 5 seconds bevor insertion. Ja, 130k. Ja, 130k. Ja, 130k. Ja, 130k. Ja, 130k. Ja, 130k. Der nicht. Guckt nur der Kopf raus und das Blut spritzt, aber... Ja, Marcel ist ja noch da. Ja. Ja, probiert mich. Ich nehm den Dropper oben auf. Oh man, ich hab keine Ahnung wie ich hier rangehen soll. Mauck, ich hab keine Ahnung, was du mir in dem Bild sagen willst. Flo, wo bist du? Komm. Einer ist ein Teller. Irgendwischen da rein, ja. Ist das so. Einer war am Fenster hinten, hab ich geholt. Hannabis, ich glaub... He?! Ja, das war der. Der Typ, alter! Hat der kurze sein Unlimited Lifehack angemacht, oder was? Ich war halt drauf wie auf seiner Mutter gestern. Hab ich nicht gesagt? Ja. Ich hab ihm 3x nen Kopf geschossen. Ja ich war auch auf seinem Kopf. 10% HP verloren. Guck mal da hinten, ne. Bitte peek da nicht nochmal. Bitte geh einfach woanders hin. Geh einfach bei Marcel hin. Geh aber zu Marcel nicht! Wo ist denn der? Oben! Der ist fett-weiß markiert auf deiner scheiß Map! Geh einfach hoch! 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 Du musst am Fenster vorbei! Oh Junge, brauchst du ein Navigationsgerät oder was? Siehst du ihn nicht? Du hast es ausgemacht oder was? Ja, das ist super. Was hast du? Du siehst ihn doch durch die Wände und so. Ist da oben clear Marcel? Ich hoffe. Ich glaube nicht mehr. Ja, dann geh da durch das Fenster bitte rein. Komm. Geh doch einfach rein da! Geh doch einfach rein da! War jetzt du oder ich? Geh doch! Geh doch! War ich auf dem Kopf? Das habe ich zum dritten Mal diese Runde. Vor allem beim gleichen Gegner. Ja. Das schwarze Mammut hat zugeschneiden. Ich will fast die Bierverteidigung. Oh mein Gott war das heiß! Jetzt wird's wieder so hin und her. Machen wir Bandits, Dings, Mira, Mira, wie heißt die Fotze? Streets go like Chicago. Nur weil sie Spanierin ist. Hast du was gegen Spanierinnen? Ja. Alles klar. Scheiße so ist. Ja, dann muss ich jetzt Mira spielen. Ja. Die seit, glaube ich, gefühlt nur 10 Minuten gespielt hat. Ja, ich wette ein paar Fenster kriegst du schon hin. Was? Den Rest der Runde reiße ich dann nichts, weil ich die Waffe nicht kenne. Ja, dann ist das ein Problem. Ja, wahrscheinlich ist das dann mein Problem. Ja, dann lernt sie. Jetzt muss ich eben langsam, ich spreche eine langsam Operator. Passt nicht zu meinem Spielstil. Willst du meinen Banditram? Habt ihr den Twitch? Ich glaube, am Anfang nicht. Hatte ich die Waffe nicht mal mehr? Ne, ne. Hat immer 26. Habt ihr... Einer muss dann oben vielleicht dingsen. Ich hab noch Wände. Ich hab auch noch eine. Du hast zwei Fenster hinten. Ja, super. Simon, leg dich am besten dahin. Müsst irgendwie die Treppe halten. Ja, Treppe müssen wir halten. Ja, wow. Habt ihr kein Fenster? Nein. Das ist verknall. Ich mach irgendwas ziemlich falsch. Also ein... Einer nach oben, ich mach das schon. Wunder. Habt ihr letzte Twitch-Strohlen? Ey, die sind schon hier dran! Kommt gar nicht am Gate, oder was? Easy. Ey. Ja. Letzige, euer Ernst. Kommt davon hin. Die hören mich mit Hoop nicht. Vielleicht im... Glaub ich im Bad... Ähm... Zwischengang bei der Treppe. Jetzt gehen die Fenster auch auf. Äh... Kitchen ist noch was, glaub ich. Ja, der... Einer Treppe. Ey, waren das noch hinten? Ja. Ja. Bitch war da an der Treppe. What the heck? What the heck? Nice try. Ja. Mission failed. All Friendlies have been neutralized. Die wurden heute zweimal so extrem gepusht. Und wo sind die so schnell reingekommen? Ja. Gerade oben, Alter. Ja. Ja, wir ewig lang brauchen, um uns zu... Keine Ahnung. Die Wände zu setzen. Ich hab noch nicht mal Wände gesetzt gehabt. Hoffentlich. Ja. Die ganze Zeit... Die ganze Zeit... Das ist ich, Alter. Den Operator austesten wollte. Do I wanna know? Eigentlich hätt ich mir mal Cell tauschen müssen. Ja, hätten wir. Aber Cell ist halt so... Ja, du hast ja nichts gesagt. Ich hab nicht auf so weit gedacht. Ich hab keine Schnauze. Ja, sorry. Die Kinder sind vorbei, bis du fertig bist. Hat jetzt auf jeden Fall nicht so gut geklappt. Die Verteidigung, die nächste wird besser. Jetzt wird es keine nächste geben. Oh doch, das wird es. Das heißt, wir verlieren wird es die nächste geben. Da hinten noch. Ah. Sind immer noch in der Aufnahme. Sind oben. Und nicht, dass es um Non-Dialisierung ist. Und RIP, von daher. Leute, Negerkünder. Sorry. Sorry, YouTuber. Oh, tut mir voll leid. Ja. Über... Über... Den ist erst wie so. Für die ganzen fünf Zuschauer, das tut mir echt leid. Er ist bestimmt dann werbefreundlich. Die zwei introvertierten hier zuschauen. Herrera läuft hinten im Konsolbüro. Ich würde es wenigstens meine Meerschweinchen zeigen. Nicht du, wer... Hast du schon mal... Ich habe keine Meerschweinchen. Ja. Ach, geil. Ein Franzose geht rund in den Keller. Ja. Ich habe ihn markiert, Marcel. Hier ist auch einer. Ich glaube, der trollt voll rein, der Typ. Pass auf, Simon. Pass auf. Ja, bitte renn vor mich, Simon. Bitte renn vor mich. Was ist denn sein Ziel eigentlich? Das war denn seine Mission. Ja. Guck mal, der trollt voll rein, der Typ. Ich markiert ihn die ganze Zeit und es hügt ihn gar nicht. Ja, suck, wenn er sich normal bewegt wieder. Weil... Dann kann ich gerade laufen. The fuck? Schau dir den an. Oh, da steht ein Mute direkt am Fenster hier. Oh! Ich glaube, ich lerne durch den, der ist gerade 200 Pusel gemacht. Also gefühlt. Also die halbe Wahrheit. Der Mute ist hier am Fenster gewesen. Kavera ist auch down. Habe ich jetzt die Claymore gesetzt? Kameras gehackt. Okay. Wo sind die denn überhaupt? Ich habe angerufen. Der Mute, Stock. Der Mute, Stock, Mann. Weiter. Pass auf! Ey, wo ist der Mute? Ja, Mäus. Ich rufe den letzten an. Ja, rufe den an. Ich rufe den an. Wo ist er? YOLO! Ich rufe den an. Achso, ja, ran. Ich wollte eigentlich ne Claymore setzen. Aber es waren drei Leute um mich rum. Ich wollte den an. Keine Ahnung. Sie haben voll reingetrollt. Der war schon down. Ich dachte, es ist voll die Ecke schriftlich. Marcel und ich geben uns heute nichts irgendwie. EA! Ihr gebt euch nichts. Ja doch, Sex. Äh, nochmal Garage und jetzt vielleicht ein bisschen besser verteidigen? Ja, warum auch keine Mier? An sich ist oben safer. Ja, dann mach oben. Mach mal oben. Isar, ernsthaft? Ach, irgendwie. Ach, warum? Die brauchen noch nen Fuse. Warte mal. Ja, warte mal. Ah, ja, warte. Ne, warte. Äh, Marco, kannst du dann bitte... Äh, also erstmal... In erster Linie bin ich jetzt kranken. Mach mal bitte ne Kesselwand dann... Mach mal bitte ne Kesselwand dann... Ja, bitte. Ich bin kein... An den Pink. Ist der Pink nämlich Pink? I got these okay? Ja, hallo. Und nicht an die Fenster. 30 Kilo. Oder wir wollen hier fragen, ob ihr... Vielleicht, ähm... ...eine Poli-Papie sehen. Das Kollege ist so cool, wenn er seine Schnur versteckt. Ja, ist schön, dass Kollege cool ist. Das war die Fresseflotte. Nö. Ich stehe morgens. Keine Bock mehr. Ich stehe morgens. Pitch turn around. Nice. Ich hab noch ne Wand. Falls ihr Bock auf Wände habt. Ja, dich kann man nicht als Wand bezeichnen. Du halbes Hemd. Ich schieße die schon auf hier? Moin-Gosch, ey. Hier ist Fenster schon auf. Kannst du mal aufhören zu schließen, Marco? Ich hab ein Pi in die Wand geschossen. Siehst du das nicht? Der erste am Fenster. Zweite. 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 Und zweite. Und dann natürlich. Eddy bitte. Wir haben mich wegnaiden wollen. Oder haben sie es geschafft? Ach hier! Oh, hier ist schon einer drinnen hinten! Wo ist das? Wo ist das Loch hängen? Ich hab da. Hilfe. Ja, und drinnen. Ah, ich. Das war jedenfalls gut. Loin! Nein! Ich hab mit seinen Achten. Was ist das denn für eine Wunde? Yo, what the fuck. Wo wusste der wo du bist? Er hat gesehen wie ich reingerannt bin. Ja, ist egal. Wir holen jetzt die Wunde. Oh mein Gott, meine alte Kapkan-Fahrer hat. Äh, Fahrer. Jawohl. Kapkan-Fahrer hat dich da irgendwo mal. Wir müssen jetzt Garage oder... Haben sie noch? Archiv haben sie auch noch, ne? Ja. Ja. Äh, Garage. Dann picke ich mal. Hör mal. Machen jetzt Archiv. Ist egal. Bringt bei beiden was. Ne, ist nicht egal. Doch. Es geht hier um die Jugend. Ach Simon. Simon und Simon als Rekruten. Du inkompetentes Stück Scheiße. Ja, ich reiß dir deine verfickten Sachen raus. Das kann mir nicht mehr passieren, seitdem ich jetzt Zeit munter hab. Lass mir den Sackhahn oder was? Ja, ja. Du bist raus jetzt. Äh, ja. Wie ist die, Simon? Reiß mal irgendwas. Ja, Leute. Hä? Alter, Simon, krass. Wie machst du das? Wollen die Verlängerung oder was? Wie machst du das, Simon? Ja. Simon, du bist du das? Äh. Richtig einfach für mich. Hör auf. Kann der wieder reinkommen, der Typ? Nein. Alter, krass. Weil der ein Disconnect-Button hat. Ja, bloß. Oder ist der rausgeflogen? Wegen Team-Kills rum. Team-Kills. Team-Kills. Ihr braucht mich jetzt, Team-Mate. Ich mach alles alleine. Wieso? Warum? Ja, hol nicht rum. Schreiben die irgendwas? Ich würd gehen müssen. Nee, die schreiben gar nichts. Na, wär ne cool drauf, die Typen. Rens-Battle. Bleib mal stehen, Simon. Du bist ja Typen. Was ist denn? Hat jemand ne Drohne da unten? Warte mal, ich hab noch ne Drohne da unten. Der Typ steht. Ich dachte, ich hab dich gar nicht wechseln. Ich hab den rausgefallen, der Mama. Ey, er macht den nicht oft. Boah, glaub der bin, ey. Wo flog? Auf-Four-Eliminated. Ah, hab ich den Nace gemacht. Ja, der Rumpfstand. In jeder Rumpfstand. Guck, das hab ich immer Gun hier. Mit seinem Stachel Draht stand er da oben. Oh man. Was war denn das jetzt gerade? Versteh's nicht. Das ist halt, wenn du zu mir sagst, ich nix, die Roller hat kein ASO, oder so. Irgendwelativ, oder? Simon hat's einfach geregelt, ey. Ja, warum haben die sich gerade alle... Ich will das, das ist komisch, ich hasse sowas. Oder war das jetzt einfach eine Kettenreaktion? Weil der... Simon nimmt jetzt den Operator. Oh! Fuck, welchen? Irgendeinen! Irgendeinen, Mann! Welchen? Das ist ein Mammut. We need to protect the Biohazard Container. Ich hab jetzt irgendwas geschrieben, bis wir so... Naja, er beschäftigt sich gerade darüber, dass sein Maid in seinem Team irgendwie schlecht ist. Wer 1000 Stunden hat und trotzdem nicht so ab in dem Game. Aber will der das wissen? Ja, der dir wahrscheinlich zuguckt. Der sagt, der hat mehr als 1000 Stunden wahrscheinlich. Bei dem Level Rang 200 und dann... Mark hochgesagt. Der Gegner, ja, mach doch den Scheppern! Welcher denn? Mann, das ist mir doch egal! Das ist ein Mammut. Black Mammut. 2 Drohnen. Mammut, weiß ich es. Weiß ich es, Mammut. Fehlt oben noch ein Dropper jetzt? Ja, da wo der Ping ist. Ja, Flo, das heißt Mammut. Ja, Flo, das heißt Mammut. Mammut, dann noch lange geht. Mammut, Mammut, Mammut. Mammut, Mammut, Mammut. Mammut, Mammut, Mammut. Guck mal her. Nein, Simon. Das würde trotzdem ordentlich schnungen. Ja! Richtig. Die stehen eh gleich wieder auf der Matte. Na Schnukki? 2 Sekunden, wir stehenナEE. Nitro-Handy. Schnüffnen? Warte. Und voll des raffinierte Ede. So, ja, das sind 20 Taten jetzt. Wahrscheinlich der Visa, oder? Ja. Bei mir wurde auf jeden Fall die Tür eingeschossen. Welche Tür? Bei mir hier vorne. Was scheiße ist denn da noch Tabschan, um die rumzähnen? Ein Schild, oder was? Hier ein Schild. Ist das Schild, bei mir? Kleiner Gang. Die haben Schilder, die haben komplett Schilder. Was ist mit dem? Wir machen einen Chopper auf. Ja, das ist mit der Sophia. Sophia ist auch noch da. Konni, hast du schon die Banner getötet? Die Banner habe ich schon gemacht. Das ist doch kacke, Mann. Das ist doch denen ihre Schuld. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt aufgegeben, oder was? Ja, was ist denn jetzt? Wär ja... Was war denn das jetzt? Der war doch noch mal im Leben. Ja, dann haben sie aufgegeben. Die haben sie ja nicht, oder? Ach doch. Ey, steht da nicht dann da... Schon hier Dings Surrender, oder was? Ich bin erster. Ey, erster dieser Hurenzug. 50 Punkte mehr, Mann. Was heißt nochmal Rutsch auf Englisch? Was? Rutsch. Ja, heißt Rutsch. Rutsch auf Englisch? Nee. Penis. Flip heißt's. Oh, je, ich bin Gold 3. Woo, total verdammt die Kappe. Ja, Simon, du musst da eh in 20 Minuten weg. Bist du jetzt raus, oder was? Ja, ich bin jetzt raus. Ja, dann brauchen wir jemand anders. Ja, noch kurz dein Pack absamen, Alter. Easy Pack. Absamen. Absamen, ja, Mann.